Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Sehenswert-Video. Heute soll es um den Film Love, Rosie gehen, nach einem Roman von Cecilia Ahern, für immer vielleicht. Und als erstes mal mit der Beleuchtung, das ist ja noch nicht ganz geklärt, weil ich da gerade ein bisschen rumprobiere. Also stört euch nicht daran, das wird hoffentlich noch ausgereift in den nächsten Videos. Also ich war gestern drin in dem Film und wer weder das Buch kennt noch den Film, der sei gewarnt, dass hier möglicherweise Spoiler auftreten könnten. Und dementsprechend seid ihr vorgewarnt. Wenn ihr die Buchvorstellung dazu sehen möchtet von mir, dann könnt ihr in der Infobox gucken, da wird sie verlinkt sein. Ja, das hier ist ja ein E-Mail-Roman und ich weiß nicht, ob es hier jetzt gerade eine wahrscheinlich schlechte Seite ausgesucht. So ein E-Mail-Brief-Roman und ich war sehr, sehr skeptisch, ob man das überhaupt gut verfilmen kann. Und ich denke, viele von euch sind da auch so ein bisschen kritisch. Und ich muss sagen, ja, also ich finde die Verfilmung sehr, sehr gut. Also das Buch hat an sich von mir nur drei Sterne bekommen, dadurch, dass ich mich daran gestört habe, dass es extrem große Zeitsprünge gab. Teilweise im Buch, die nicht sonderlich gekennzeichnet waren, außer dass man sie halt aus dem Fließtext heraus lesen musste. Das fand ich ein bisschen, ja, ungalant gelöst. Dann hat mich wiederum ein bisschen der Charakter von Rosie gestört, die doch sehr ichbezogen war, was mir nicht so gut gefallen hat. Und letzten Endes hat mir das Buch, also hat sich zu sehr in die Länge gezogen. Es war dann irgendwann zu viel dessen, dass sie einfach immer aneinander vorbeigeredet haben. Und das war mir im Endeffekt beim Buch einfach viel zu viel. Das war, nee, am Ende ist, die fangen an, da sind die, ich weiß nicht, also die fangen ja eigentlich an, wo sie kleine Kinder sind. Aber es geht ja dann so im Teenager-Alltag geht ja die Geschichte dann so richtig los. Und bis Rosie am Ende 50 ist. Und das ist halt echt eine richtig lange Zeit spannend. Und die hat mir halt im Buch, war mir das einfach zu viel. Daher eine absolute Empfehlung für alle Leute, die das beim Buch auch so empfunden haben. Dann geht in den Film, weil im Film ist es tatsächlich nur eine Spanne von 10 Jahren. Also ich glaube, 10, 12 Jahre, keine Ahnung. Auf jeden Fall so um die 30 sind Rosie und Alex am Ende. Was ja schon mal wesentlich gekürzt ist. Und ich fand den Film einfach total schön. Es ist einfach so eine romantische Liebesgeschichte, Liebeskomödie, eine Rom-Com oder wie man das halt auch immer nennen mag. Und die Schauspieler sind so toll. Ich war super, super skeptisch. Lily Collins hat mich bisher in den Rollen, in denen ich sie erlebt habe, nicht so sehr überzeugen können. Gerade bei City of Bones dachte ich so, ei, ei, ei. Also da hat sie mir gar nicht gefallen als Clary. Und Sam Claflin, ich vergesse jetzt immer, wie er heißt, Claflin oder irgendwie so. Der ist ja derjenige, der bei die Tribute von Panem den Finnick gespielt hat. Und das ist mir auch irgendwie erst später aufgefallen. Und dann dachte ich auch so, hm, okay, ob der jetzt halt so eine Rolle spielen kann. Und ja, die beiden können das. Und die haben eine so tolle Chemie vor der Kamera. Ich fand es wirklich von Anhieb gleich, also die haben so gut zusammengepasst. Die haben das so toll gemacht. Und Lily Collins hat es unglaublich auf den Punkt gebracht. Und die hat ein, also die kann mit ihren Augen unglaublich viel ausdrücken. Was ich sehr, sehr schön fand. Was auch sehr gut genutzt wurde vor der Kamera. Also man hat öfter mal halt Close-Ups direkt so von ihrem Gesicht gehabt. Und man richtig gesehen hat, wie es in ihr gearbeitet hat. Und das war wirklich, wirklich toll. Und auch Alex war super dargestellt. Was ein bisschen untergegangen ist, ist die tolle Beziehung, die Rosie mit ihrer Tochter hat. Das ist ein bisschen untergegangen. Aber ich meine, man kann halt nicht alles in den Film packen. Ansonsten, ja, generell so ein bisschen die Nebencharaktere. Die haben, ja, schon ein bisschen die Arschkarte gezogen gehabt. Aber wenn einen das jetzt nicht so stört, dass man jetzt von Ruby an sich nicht so viel mitbekommt. Und, ja, halt auch, also von Katie nicht so viel mitbekommt. Und generell halt von den ganzen Nebencharakteren. Dann ist das sicherlich eine sehr, sehr tolle Verfilmung. Beziehungsweise wurde halt schon einiges geändert am Buch. Also es wurde einiges rausgekürzt. Einige Charaktere, die gestrichen worden sind. Zum Beispiel, äh, Roses Beziehungen. Am Ende, sie heiratet dann, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der heißt. Sie heiratet dann nicht diesen einen Typen, den dann keiner leiden kann, sondern jemand anderen. Und, ja, es wurde so ein bisschen verändert. Halt auch bei Alex Beziehungen wurde ein bisschen was verändert. Und, ähm, ja, weggelassen teilweise auch. Was mich jetzt persönlich nicht so gestört hat. Also man muss es, wie gesagt, sowieso eigentlich immer eigenständig betrachten, Film und Buch. Das ist sowieso meine Meinung. Weil meistens ein Film wirklich in den allerseltensten Fällen einem Buch nur gerecht werden kann. Aber wenn man dann, und vorangenommen, in den Film geht, dann wird man, glaube ich, also wenn man halt auf solche Filme steht, das ist ganz klar. Wenn man keine romantischen Komödien mag und kein Liebesherzschmerz, dann, ne, dann ist das sowieso nichts für euch. Aber wenn euch sowas gefällt, dann solltet ihr euch den Film auf jeden Fall angucken. Ich hab, oh, ich saß da so drin und ich war so drin einfach. Ich hab mich mitverliebt und ich dachte, nein, und das kann nicht sein. Und wieso bekam sie sich nicht? Und, und ich hab mitgelitten. Und ich hab echt, also, also ich war voll, voll drin in der Geschichte von Anfang an. Es ist einfach so charmant und schön gemacht. Und auch humorvoll auf jeden Fall. Da sind auch teilweise Szenen, die so im Buch nicht vorkommen, die aber so tolle Szenen im Film einfach waren. Wenn ihr den Film guckt und ihr hört das Lied Fuck You von Lily Allen, dann bereitet euch darauf vor, dass etwas Lustiges passiert. Das war herrlich, diese Szene. Die war einfach total genial. Und das einfach, der Film, ja, der hat eine so tolle Ausstrahlung. Der hat einfach, ja, du sitzt da im Kino. Ich weiß gar nicht, ob der 90 Minuten oder ein bisschen länger sogar geht. Du sitzt da und die Zeit verfliegt ganz schnell und man schießt die Charaktere ins Herz. Und es ist einfach total schön mit anzusehen. Und, ja, von mir auf jeden Fall für das Genre eine absolute Empfehlung. Wenn ihr das Buch haarklein genau erzählt bekommen möchtet, dann werdet ihr das in dem Film nicht finden. Denn es ist, wie gesagt, auch ein E-Mail-Roman, was definitiv meiner Meinung nach sehr schwierig ist, umzusetzen. Aber der Film an sich kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Hat tolle Schauspieler, hat tolle, ja, Settings. Es ist einfach super, super schön. Ich finde es total gelungen. Ich bin absolut begeistert. Mir gefällt der Film richtig, richtig gut. Ich kann euch nur empfehlen, ihn euch anzugucken. Und, ja, das war es von meiner Meinung zu dem Film. Habt ihr ihn schon gesehen? Möchtet ihr ihn sehen? Möchtet ihr ihn vielleicht nicht sehen, weil euch das Buch so gut gefallen hat und ihr möchtet nicht, dass es irgendwie zerstört wird? Wenn euch irgendetwas einfällt, was dieses Thema betrifft, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und, ja, das war es von mir und diesem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt das Leben, genießt das Lesen. Passt jetzt zwar hier auch nicht so, aber egal. Macht's gut und tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Amen.